Ingwer ist für Frauen besonders empfehlenswert, wenn du sehr verfroren bist, kann Ingwer dir sowohl äußerlich als auch innerlich Wärme geben. Beim Ingwer handelt es sich um eine Wurzel mit einer Vielzahl von gesundheitsfördernden Eigenschaften. Viele davon sind für Frauen von besonderer Bedeutung, Ingwer hilft zum Beispiel bei kalten Füßen und spendet Wärme, erhöht das Libido in der Menopause, kann Übelkeit während der Schwangerschaft lindern und beschleunigt den Metabolismus. Im folgenden werden Sie mehr über die Vorteile von Ingwer für Frauen erfahren. Wir werden Ihnen auch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen und einige Ideen für leckere Rezepte geben, damit Sie dieses Gewürz in der Küche verwenden können. Ingwer Ingwer, Zingiber Officinel, wurde schon in der Antike im fernen Osten benutzt. Er hat einen sehr eigenen Geschmack, ist leicht süßlich, erfrischend und etwas pikant. Aufgrund der gesundheitsfördernden Eigenschaften wird die Wurzel vielfach angewendet. Vorteile für die Gesundheit der Frau Der regelmäßige Konsum dieser Wurzel hat eine Reihe von positiven Eigenschaften für die Gesundheit. Ingwer wirkt entzündungshemmend und ist ein natürliches Schmerzmittel. Der Konsum von Ingwer wird bei einer Reihe von Krankheiten empfohlen, bei denen eine Entzündung und dadurch entstehende Schmerzen vorliegen, wie zum Beispiel bei Arthrose, Fibromyalgie oder chronischer Müdigkeit. Ingwer hat eine positive Wirkung auf die Verdauung, er hilft bei Verdauungsproblemen, Blähungen, Gastritis, Übelkeit, Magengeschwüren, Durchfall etc. Er schützt den Magen auch bei Alkoholkonsum und verschiedenen Medikamenten. Er hilft bei Halsbeschwerden, die Wurzel hilft bei Infektionen und Entzündungen des Halses. Ingwer ist auch bei Heiserkeit sehr wirksam und wird deshalb oft von professionellen Sängern eingenommen. Lindert Übelkeit und Schwindel, deshalb ist der Konsum von Ingwer vor allem in den ersten Monaten der Schwangerschaft empfehlenswert und die Pflanze hat keine Nebenwirkungen weder auf die Mutter noch auf das Kind. Ingwer wird auch als Zusatzmittel bei einer Chemotherapie eingesetzt. Ingwer kann der Reisekrankheit vorbeugen. Ingwer spendet Wärme, diese Wurzel kann unserem Körper viel Wärme spenden, sowohl bei inneren als auch bei äußeren Anwendungen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ingwer besonders jenen, die es im Winter schnell friert. In warmen Jahreszeiten fördert wird damit das Schwitzen gefördert. Er beschleunigt den Metabolismus, die wärmende Wirkung des Ingwers beschleunigt auch den Stoffwechsel. Das ist von Vorteil, wenn Sie am Gewicht verlieren möchten. Ingwer erhöht das Libido. Beim Ingwer handelt es sich um ein natürliches, aphrodisierendes Mittel. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie dafür täglich eine Mischung aus Ingwer, Zimt in Pulverform und etwas Honig konsumieren. Ingwer beugt Herzgefäßkrankheiten und Durchblutungsproblemen vor. Sie sollten jedoch beachten, dass es bei der gleichzeitigen Einnahme von Medikamenten zu Zwischenwirkungen kommen kann. Aus diesem Grund sollten Sie zuerst mit Ihrem Arzt sprechen. Wie wird Ingwer konsumiert? Ingwer können Sie auf verschiedenste Arten genießen. Die rohe Wurzel, diese können Sie reiben und damit alle beliebigen Rezepte verfeinern. Als Pulver, bei einer Behandlung mit Ingwerpulver raten wir Ihnen, die Dosis genau zu kontrollieren. Wir empfehlen täglich maximal 2 Gramm. Außerdem sollten Sie die Therapie immer mit einem Spezialisten absprechen. Kandierter Ingwer Kandierter Ingwer kann heutzutage in vielen Naturheilläden, Diätläden oder anderen Spezialgeschäften gekauft werden. Beachten Sie, dass diese Form von Ingwer viel Zucker enthält. Als D-Ingwer-Tee eignet sich als hervorragender Wärmespender an kalten Tagen. Als frischer Saft, Sie können frischen Ingwersaft, in einer gemäßigten Menge, zu den gewohnten Fruchtsäften, Apfel, Ananas, Karotten etc. hinzufügen. Ätherisches Öl Das ätherische Ingweröl kann für Massagen benutzt werden, beispielsweise bei kalten Füßen. Mischen Sie es am besten mit Ihrer Feuchtigkeitscreme und massieren Sie damit Ihre Füße, in kurzer Zeit werden Sie warme Füße haben. Originelle Rezepte Ingwer ist in der Küche sehr vielseitig verwendbar und kann in traditionelle Rezepte eingeschlossen werden. Ingwer hilft zum Beispiel dem Kuchen, Gebäck, Keksen oder hausgemachtem Brot die gewünschte Feuchtigkeit zu schenken. Weiter können Sie Ingwer in etwas Milch oder einem natürlichen Getränk aufkochen, am besten zusammen mit Zimt, Sternanis und Kurkuma. So erhalten Sie ein leckeres Getränk, das an kalten Tagen ein perfekter Begleiter ist. In der japanischen Küche ist die Wurzel sehr verbreitet und wird zu Sushi-Gerichten verzehrt, vielleicht ist Ihnen dies noch nie aufgefallen, aber bei den kleinen gelben Gemüsescheiben zum Sushi handelt es sich um Ingwer. Japaner konsumieren Ingwer, um den Gaumen nach dem Konsum von rohem Frisch zu erfrischen. Der kandierte Ingwer eignet sich auch als Dekoration für beliebte Süße und salzige Speisen. Sie können den kandierten Ingwer auch in frischer Schokolade baden und danach abkühlen lassen, am besten im Kühlschrank. Auf diese Weise erhalten Sie leckere Kugeln mit einer pikanten Note. Bilder zur Verfügung gestellt von Chiyo San und René S. 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 N.